Was passiert ist da eigentlich? 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 Warum fällt es nicht herunter? Was ist mit der Schwerkraft? Tja. Es ist ein unsichtbares elektromagnetisches Feld, das der Schwerkraft entgegenwirkt. Es ist ein unsichtbares elektromagnetisches Feld, das der Schwerkraft entgegenwirkt, das der Schwerkraft entgegenwirkt. Es ist ein unsichtbares elektromagnetisches Feld, das der Schwerkraft entgegenwirkt, das der Schwerkraft entgegenwirkt. Es ist ein unsichtbares elektromagnetisches Feld, das der Schwerkraft entgegenwirkt, das der Schwerkraft entgegenwirkt, das der Schwerkraft entgegenwirkt.